Wir haben in der Mitte der Linke die Eutersiegerin, die ist wunderbare Euter von dieser Kuh, die 34 ist. Ich denke, das macht ohne Zweifel, dass mit solchen Euters keine Angst als Blech für Rasse mit anderen spezialisierten Milchrassen um Wettbewerben zu haben. Es ist eine perfekte Euterung in allen Punkten, in der Vorderung, Zentralbahn, Perfekt, Euterboden, deutlich über Sprunggelenke gelegt, Stricke, Perfekte Stricke, Stellung, Ausbildung und so weiter. Keine Mangel und unbedingt. Tato kráva, co se týká Vemene, na této výstavě nemá konkurenci.